Den setzen wir mal da hin. Den setzen wir da hin. Okay. Ach den da. Der muss da hin auf jeden Fall, sonst wüsste ich nicht wo er sonst hinkommt. Übrigens man kann die Bausteine nicht drehen, also zumindest weiß ich nicht wie es gehen soll. Ich glaube ich bin Game Over. Ja, ich bin Game Over. Okay, 283. Ich glaube das ist echt wenig. Ich bin auch echt schlecht in solchen Puzzle-Spiele. Ja wie gesagt, falls ihr noch andere Spiele habt, die ich mal euch zeigen soll oder ihr irgendwelche Spiele habt, wo wir zusammen spielen können oder die ich mal spielen soll und ein richtiges Let's Play draus machen soll. Äh. Schreibt es mir einfach in den Kommentaren und dann sehen wir einfach weiter. Ähm. Township läuft im Moment. Ähm. Ja. Werden wir dann einfach sehen. Ähm. Was gibt es noch sonst zu sagen? Ja wie gesagt, ich werde mich noch um äh eine andere Aufnahmeprogramm kümmern, dass auch die Töne aufgenommen werden, aber das dauert noch. Ich weiß noch nicht. Äh. Wie ich es hinbekomme. Ähm. Ähm. Was bleibt noch zu sagen? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Quailoi.